Herr Müller, Ihre Meinung zu der Niederlage gegen Japan? Ja, wie soll man das gewinnen? Die Japaner spielen mit Tsubasa und Kojiro. Tsubasa ist aggressiv vorne, der macht jedes Spiel seine Tor. Gegen Tsubasa und Zora kannst du nichts machen. Ja, vor dem Spiel haben wir noch eine Döner gegessen alle. Von Knoblauch und Zwiebeln Döner hatten wir alle Mundgeruch und mussten unseren Mund zuhalten. Ähm, das Spiel hat aber ganz gut, ganz gut angefangen. Wir haben 1-0 gemacht. Aber dann kam Tsubasa, er hat 1-1 gemacht und dann sind die komplett durchgedreht. Die sind dann komplett nach vorne gelaufen. Dann haben die das Spiel gedreht. Kojiro hat dann auf Tsubasa geflankt und haben die 2-1 gemacht. Dann kann Tsubasa laut. Dankeschön.